Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir sind hier in unserer Hütte. Wir haben auch so eine Quest, dass wir warten müssen, bis die Besprechung losgeht. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir warten müssen, aber ich würde einfach mal gerne vielleicht die Zeit hier verschlafen wollen. Unser Bett ist hier hinten. So, schlafen wir mal. Es ist 3 Uhr abends. Machen wir noch einmal vielleicht bis... Gucken wir mal. Vielleicht bringt das Bad geschlafen hier. Vielleicht müssen wir wirklich bis zum nächsten Tag einfach warten. 6 Uhr. Ah, okay. Das war wirklich so. Wir mussten noch einen Tag mehr warten. Dann würde ich da mal hingehen wollen. Niemand weiß, wie genau kyräische Kristalle, manchmal seelensteig genannt, funktionieren. Klar ist nur, dass die in... Ihnen... Konnt ihr nicht mehr zu Ende. Irgendwie manchmal traurig, aber... Das sagt auch einiges über mein PC aus, dass es schneller lädt. Ja, ich habe heute einen Meme dazu gelesen. Oder gesehen. So. So viel zu tun. Ja, so viel zu tun. Und so wenig Zeit. So viele Fremde gesichert. Nein, das ist doch... Ich hatte auch heute einfach mal so ein passendes Meme gesehen. Wir haben so... Auf so einer Uralt-Plattform. Ich weiß nicht, vielleicht kennt das keiner mehr. Nennt sich Facebook. Aber da habe ich dann einfach mal gesehen gehabt, so... So ein Meme, wo irgendwie jemand einfach mal traurig war, dass er diese Texte einfach nicht mehr lesen kann, weil der PC einfach zu gut ist. Okay, so gut ist mein PC zwar jetzt auch nicht, aber gut genug, um eine Ladezeit hier zu haben. So, ich würde aber auch gerne einfach mal auf einem besseren PC irgendwie sparen wollen. Die beten aber auch sehr viel hier. Mal gucken, was Thea Lohr zu sagen hat. Also wir haben schon einen Moment. So, sorry. Hatte gerade irgendwie einen Froschenhals oder so. Ich weiß. Es wird viel von mir erwartet. Und ich enttäusche alle. Bin ich... auf der richtigen Etage? Ich glaube nicht. Jetzt eine schöne Pfeife Friedenskaut. Die wollen alle kiffen. Das ist wirklich getan, was? Die Erinnerung eines Püräers bereisen? Beim Mal was? Ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Äh. Fand ich aber auch interessant. Wie hieß der Püräer, in dessen Gedanken wir in die Erinnerung gereist sind? Das ist zu riskant. Was auch immer sie hier wollen, wenn wir Spione schicken und sie enttarnt werden, wird Nering das als Provokation verstehen. Die Armen. Da invadieren sie einfach nur ein fremdes Land und werden dafür dann auch noch ausspioniert. Spart euch den Sarkasmus. Wir wissen beide, was ich meine. Du kennst meine Meinung, Thealor. Ich werde darüber nachdenken. Ihr kommt gerade richtig. Kommandantin, erklärt der Prophetin die Lage? Natürlich, Großmeister. Gestern haben wir von einem unserer Außenposten Wort aus Dünenheim erhalten. Einer der Fischer dort hat Kriegsschiffe auf einer Insel ein paar Meilen vor der Küste anlegen sehen. Und sie tragen die neremesische Flagge. Wir haben bereits ein Spähschiff geschickt, um es zu bestätigen, und es ist wahr. Die Neremesen haben entraleisches Land invadiert. Aber das ist ein Kriegsakt. Warum sollten sie das tun? Wir haben eine Vermutung. Ich nehme an, ihr wisst, dass der Bürgerkrieg auf Nerim seit zwei Monaten vorüber ist und wer ihn für sich entschieden hat. Äh, was? Wer? Das geeinte Nord- und Mittelreich unter der Führung von Taranor-Koarek. Die Südreich-Rebellen und der Schöpfer-Tempel sind endgültig vernichtet. Jetzt ist Nerim vereint unter der Flagge der Freien Völker Nerims, wie sie sich nennen. Und genau das könnte der Grund für die Schiffe sein. Warum? Wieso sollte Nerim nach einem überstandenen Krieg gleich einen weiteren riskieren? Wegen Koarek. Er half Narazul Arantial kurz vor der Tötung der Lichtgeborenen durch den Schattengott. Und während er davor ein Opportunist war, der seine Ideale wie Unterwäsche wechselte, hat ihn sein Feldzug mit Narazul wohl dauerhaft missioniert. Er ist zum erklärten Feind der Religion geworden. Er begreift den Tod der Götter als ersten Schritt von vielen. Und er sieht es nun als seine Aufgabe an, all das, was auf Wien von den Göttern noch übrig ist, zu vernichten. Die Welt von der Geißel der Religion befreien. Das sind seine Worte. Wobei erwähnenswert ist, dass sein Verständnis von Befreien, Massenexekution und das Niederbrennen von Tempeln umfasst. In anderen Worten, er ist ein Fanatiker. Und was noch schlimmer ist, seine Soldaten vergöttern ihn dafür. Was er will, ist eine neue Welt begründen. Und die freien Völker von Nerem, wie er sie so schön nennt, sind für ihn sozusagen die Speerspitze davon. Euer Magierorden hat auch für eine Welt ohne Religion gekämpft, oder? Ihr vermutet, er ist hier, weil der Orden die Wahrheit über die Götter bislang verschwiegen hat. Äh, was wisst ihr über Taranokoare? Eigentlich nicht viel. Das heißt, doch. Er ist selbstverliebt. Ich war überrascht, dass die neuen Flaggen seiner freien Völker kein Bildnis seiner selbst und die Aufschrift Huldicht mir eingestickt haben. Euer Magierorden hat auch für eine Welt ohne Religion gekämpft, oder? Naja, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass es Narazuls Vision war, den Menschen ihr Recht auf Selbstbestimmung wiederzugeben und nicht zu versuchen, jede Form von Spiritualität und Aberglauben auszumerzen. Es ist einfach nur blöd zu glauben, eine Denkensart lässt sich mit genügend Gewalt aus den Köpfen prügeln. Damit erreicht man, wenn überhaupt, das Gegenteil. Wobei eine Welt ohne Religion eine bessere wäre. Das steht außer Frage. Unsinn. Die Menschen brauchen eine höhere Kraft, die ihnen den Weg weist. Ihr seht doch, welches Chaos der Tod der Götter ausgelöst hat. Und ohne das Zutun eures Ordens und Thealors Sohn, wäre Quarek jetzt nicht dort, wo er ist. Natürlich. Wo waren wir? Ihr vermutet, er ist hier, weil der Orden die Wahrheit über die Götter bislang beschwiegen hat. Richtig. Dabei versteht er nicht, dass wir es tun, um eine Krise zu vermeiden. Und dem Volk vom toter Götter zu erzählen, steht außer Frage? Nicht, bevor die Hohen aufgehalten sind. Der Bürgerkrieg auf Kilei und Araseal zeigt, welches Chaos eine solche Offenbarung zur Folge hat. Und dieses Risiko werden wir nicht eingehen. Und was, wenn wir Quarek unsere Beweggründe erklären? Vielleicht kann er uns sogar im Kampf gegen die Hohen helfen. Das ist das Problem. Pegast? Wir glauben, dass Quarek von dem Zyklus weiß. Und dass er ihn für, wie soll ich sagen, wünschenswert hält. Äh. Okay. Also er findet es wünschenswert, dass alle draufgehen werden? Okay. Wir reden von etwas, das das Ende allen Lebens bedeuten könnte, richtig? Leider. Ich weiß, wie abstrus das erstmal klingt. Aber es macht Sinn. Für ihn ist Enderal als Heimat des Orns der Inbegriff von Ignoranz und Rückwärtsgewandtheit. Und vielleicht weiß er sogar, dass wir gegen den Zyklus ankämpfen. Und alles, wofür ein Verfechter der alten Ordnung kämpft, ist schlecht. Vielleicht sieht er ja die Hohen sogar als Boten seiner neuen Ära. Fanatiker sind unberechenbar. Bislang ist es nur ein Gerücht, aber wir müssen es wissen. In anderen Worten, wir müssen die Neri-Mesen ausspionieren. Ja. Wisst ihr, was eine Silberplatte ist? Äh, eine Platte aus Silber, Stirnrutzeln, klärt mich auf. Falls ihr die Relikte aus Arctvent meint, äh, dann ja. Ich habe davon gelesen. Keine Ahnung. Ich, äh, klärt mich auf. Sie sind Relikte aus Arctvent. Aha, okay. Was sie besonders macht, ist ihre Fähigkeit, Klänge zu übertragen. Jede Platte hat ein Gegenstück und wenn ein Mensch neben der einen etwas sagt, hört der neben der anderen es auch. Unser Plan ist es, zwei der Platten in ihrem Lager zu platzieren. So können wir sie ohne Risiko aushorchen. Und ihr wollt, dass ich dieses Verstecken übernehme, richtig? Ihr, Funkenschlag und der Söldner. Allerdings könnt ihr nicht den Wasserweg zur Insel nehmen, das wäre zu auffällig. Wir haben herausgefunden, dass die Pyräer eine Art unterirdisches Transportsystem hatten. Unterbahnen, so nannten sie es. Diese Bahnen verbanden alle wichtigen Bereiche des Pyräischen Reiches miteinander und damit vermutlich auch den Tempel auf der Insel, wo Korreks Schiffe angelegt haben. Wenn wir also eine solche Bahn finden, könnten wir damit direkt in sein Lager fahren, ohne dass er irgendetwas merkt. Und wie es der Zufall will, haben wir Informationen, dass es einen Pyräischen Tempel im Kristallwald gibt, der noch so weit intakt ist, dass die Chancen gut stehen, dort eine Unterbahn zu finden. Der lebende Tempel? So nennt ihr ihn, ja. Aber genug geredet. Ihr kennt die Mission. Und über den Tempel können wir uns immer noch unterhalten, wenn wir dort sind. Erst einmal müssen wir den Siegelstein zum Öffnen des Tores finden und ich habe eine Vermutung, wo er sich befindet. Gut, wann brechen wir auf? Sobald wie möglich. Josef ist bereits nach Nebelheim gereist und ihr solltet das auch tun. Ich treffe euch dann dort. Wer ist jetzt Josef? Sind das nun schon vorendete Tatsachen, oder was? Es ist der einzige Weg. Es tut mir leid, Natara. Jetzt Schluss damit. Die Konferenz ist beendet. Prophetin, gebt alles. Findet heraus, warum die Nerimesen hier sind. Okay, auf in den Kristallwald. So, dann wollen wir doch mal sehen. Nächstes Gebiet. Äh, nee, warte. Kristallwald. Kristallwald bis hierhin. Ich habe noch nicht mal den Flüsterwald oder den Düstertal hier erfunden. Und jetzt zum Kristallwald? Oder die Nordwindgebirge? Die Stahlklippen habe ich auch noch nicht zu Ende gemacht. Hier ist auch nur so viel. So viel leer. Da muss hier noch einiges machen. Und ich hoffe, ich kriege noch bessere Ausrüstung. Kramer Bikoro in Flussheim. Gab auch ein Arb? Okay. Wollte ich jetzt auch nicht mehr zu Ende lesen. Wie lange willst du noch darauf rumreiten? Ja, ich würde sagen, wir machen die Stahlklippe vielleicht erst mal zu Ende. Apropos, wie viel trage ich mit mir? Madame, Madame, schreitet wohl. Endlich habe ich euch gefunden. Erinnert ihr euch? Erinnert ihr euch noch? Ihr habt mir damals geholfen. In dieser Ruine. Ihr wisst schon. Jemand in Aldotokrad? Ihr wart doch der? Nicht hier. Ich, ich wollte euch noch einmal danken. Meine Schulden sind bezahlt und dank euch ist meine Familie wieder in Sicherheit. Ihr könnt euch sicherlich denken, dass ich kein Geld habe, um mich erkenntlich zu zeigen. Aber ich dachte mir, das hier könnte euch nützlich sein. Nehmt es. Es ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Äh, Lehrbuch? Oh, okay. Wenn ihr das Schlimmste überstanden habt, solltet ihr zusehen, dass ihr eure Tat wieder gut macht. Ja, natürlich. Ich arbeite daran. Schreitet wohl. Und alles Gute auf euren Reisen. Er war das? Helles? Dann, okay. Und was habe ich jetzt, äh, bekommen von ihm? Äh, ein Lehrbuch? Plus zwei Lernpunkte. So, nochmal zwei Lernpunkte bekommen. Perfekt. Ich muss die Dinger auch mal irgendwie investieren in irgendwas. So, kann es sein, dass die Musik auch ein bisschen leiser geworden ist? So. So, ja, wegelose überall, genau. Ähm, ja. Ich würde aber die Steilkleppe noch weiter erkunden wollen. Bevor wir in Richtung Düsterwald und Kristallwald gehen. Vielleicht auch nochmal kurz mein Geld irgendwie einlagern. Und gucken, dass ich nicht vielleicht irgendwie ich bin hier falsch abgebogen. Ähm. Wo musste ich abbiegen? Ich glaube, nochmal hier weiter runter. Ja, hier war das. Genau, Marktplatz und dann da einmal kurz zur Bank. Geld einzahlen und dann Richtung Dings gehen. Äh, genau, Bank. Wieso? Wie kann ich euch zu dienen? Natürlich. ich möchte einzahlen. Genau. Eine kluge Entscheidung. Und einsehen. Natürlich. So, Zinsen 175 plus 6 pro Tag. 6,250 haben wir aktuell. Ich mache das Bankensystem hier mit den Zinsen und allem. Oh, sorry. Einer auf einen blockenden Gegner geschwungen nach kraftvoller Angriff durchbricht seinen Block. Dann konnten wir zu Ende lesen. Mesdames. 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 Deine Mesdames. 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 Ach, das war ein Hirsch. Ich wollte schon sagen, was kommt da auf uns zu? So, da bin ich wieder, sorry, ich weiß jetzt auch nicht, warum das Spiel gerade abgeschmiert ist. Es ist aber gerade einfach abgeschmiert. Ich glaube, bei Enderal war das jetzt das erste Mal, dass es mir so abschmiert. Aber wir haben unser Eselchen jetzt. Moment. Da fehlt doch was. Wo es das hat? Warte mal. Ich gehe mal irgendwie irgendwo hin, wo ich Schaden nehmen könnte. Eventuell. Vielleicht einmal zum Turm hoch. Einmal runterspringen. Ich muss jetzt einmal kurz gucken. Das hat es einfach weg. Also, ich habe oben kein Radar mehr, also kein Kompass. Habe ich gleich noch eine Lebensanzeige? Gehe ich hier auf. Den tun kann ich nicht. Ähm. Wenn ich hier jetzt einfach... Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. So, und da wären wir. Hat es jetzt wieder da? Kompass ist wieder... Ich weiß jetzt nicht, was mit Enderal gerade war. So, da haben wir unser Pferdchen, also unser Eselchen. Fand ich jetzt mehr als interessant, was da gerade los ist. Ja, äh... Heute sind wir da ein bisschen verpackt. Kann mal vorkommen. Ist auch mal interessant. Habe ich auch lange nicht mehr so weit erlebt. in dem Spiel. Doch, das letzte Mal in Starfield, glaube ich. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das in einem privaten Spiel stand oder in Let's Play passiert ist, bei Starfield. Fand ich aber schon auch mehr als interessant. Aber typisch, äh... Ich glaube, das ist typisch bei Bethesda. Also, dessen Engine. Genau, wir müssen hier noch ein Weilchen entlang. Damit wir den Bereich hier auch endlich mal abschließen können. Alles fertig machen können. Denn... Ne, äh... Hier auf der Map, wir waren ja bis hier runtergegangen. Anwesend des alten Mannes. Aber den Weg halt noch nicht. Und ich weiß jetzt nicht, ob da noch mehr ist, was, äh... Für uns jetzt relevant ist. Also an Dungeons oder Sonstiges. Oder ob hier jetzt irgendwas gerespawned ist. Denn manchmal spawnen die ja wieder nach. Dauert halt einige Ingame-Tage, aber die kommen wieder. Genau, und das da haben wir auch noch nicht abgeschlossen. Müssen wir auch noch machen. So, ein Radenturm haben wir erreicht. Aber ich bin gerne lieber so unterwegs, anstatt in nem Dingens. Anstatt in nem... Anstatt in nem... Anstatt per Schnellreise. Bin ich lieber so wirklich zu Fuß unterwegs gerne. Ist wirklich selten... Also selten spielen. Nutze ich die Schnellreise. So. Wenigstens die Irrlichter sind nicht mehr da. Da ging das nämlich zum Anwesen des alten Mannes. Dann müssen wir hier entlang. Vielleicht einmal schnell speichern. Komm ich da hoch. So, weg mit euch. Wenigstens haben wir gespeichert. So, vielleicht erst mal nur einen von denen. So, ersten haben wir. Äh, jetzt eben... Achasch, vegane Suppe. Schnell irgendwie bisschen was fressen. So. Manasalz. Okay, das gehört gespeichert. Natürlich muss da schon die nächsten Irrlichter sein. Ich hoffe, der ist aber hier jetzt erstmal alleine. Wo fährt das hin? Wo fährt das hin? Okay, da hinten ist ein Sturmabgonach. Hier geblieben. Okay, nochmal. Speichern. Jetzt mal gucken. Sind wir in der Lage, einen Sturmabgonachen zu besiegen? Oder ist er zu stark? Erdelementar. Okay, wir wurden von etwas anderem besiegt. Vielleicht... Vielleicht so auf diese Art? Ich glaube, ich treffe ihn gar nicht. Okay. So, Erdelementar. Was hat der? Leersalze. Der hat Leersalze. Okay. Den haben wir besiegt. Das gehört gespeichert. Dann haben wir da noch einen Wildmagier irgendwo. Rumhausen. Und ein Elementarwolf. Und ein Elementarwolf. So, wo ist der Wildmagier? Sehr gut. Ähm. Du brauchst Wolfsfleisch. Irgendwie müssen wir jetzt was puttern. Kartoffelkohlsuppe. Boah, überstanden. Erlesene Wildmagierrobe. Kein Leder. Ja. Ein Silberschwert. Ich habe auch was wert. So, was hat der? Feuersalze. So, was ist mit dem Tun? Kann man da rein? Da kann man rein. Dann wird auch nochmal kurz gespeichert. Pyräische Rüstung. Lebensabsorption Rang 2. Glimmerstau. Sternlingstiefel. Da hinten gibt es Wölfe. Noch ein Groschenbeutel. Massive Truhe. Was haben wir hier? Gleisgeheimfakt gefunden. Okay. Genesungstrank nehmen wir mit. Granatstein. Runen-Großschwert. Sogar zweimal. Zauberbuch. Traumfresser Rang 1. Warte mal. Die können wir verkaufen eigentlich. So. Runen-Großschwert. Ah, okay. So weit ist es. So. Da hinten gibt es Wölfe. Ich will erst mal wissen, was das da ist. Also. Es deutet auf jeden Fall auf den Drachen hin. Ist da ein... Da oben ist ein Drache. Jetzt will ich es wissen. Hier speichere ich vielleicht noch einmal. Wenn da wirklich ein Drache ist. Ich will es sehen. Ich will es wissen. Denn ich weiß jetzt nicht, wie stark die hier sind. Da unten liegt aber auch ein toter Drache. Drache ist leer. Drachen ist weg. Ja, uh. Wie? Ich hoffe, ich kann dem irgendwie ausweichen. Ja, wird ein langer Kampf. Ja, wird ein langer Kampf. Okay, die Musik ist aber gerade echt episch. Nein, nein, nein. Nein, nicht hier. Okay, das ist doof. So ist besser. Ein bisschen Schaden konnten wir das jetzt machen. Auf jeden Fall. So. Aber wenn er jetzt noch einmal uns trifft, ist mit uns vorbei, auf jeden Fall. Okay, das war jetzt doof. So, die Pfeile sind aber auch irgendwie hinüber. Nein, 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 nein. Nicht dahin. So besser. Aufpassen, wo er landet, wo er entfliegt. Okay, jetzt ist er wieder da oben. So. Seinen Flügel kann ich angreifen. Ähm, nein. Zu nah, zu nah. Stürfst du auch irgendwann ab? Nimm die Waffe wieder raus. Äh, wo ist er hin? Ist er jetzt nicht mehr flugfähig? Okay, ab jetzt ist er nicht mehr flugfähig. Einfach epische Musik und ich schieße hier nur mit Pfeilen. Ja, wir haben den Drachen besiegt. Durchsuche Drache. Set des Nordens, Herz des Nordens. Nehme ich mal mit. Alte Eisenpfeile, Drachenknochen. Knochenreißer. Krankheitsheiltrank. Lehrbuch Fernkampf-Experte. Lichtmagie-Experte. Lehrbuch Psionik-Experte. Lehrbuch schwere Rüstung-Experte. ich habe das war dort nehmen wir auch mal mit ich investiere noch mal in lebensenergie so was haben wir hier jetzt ein änderungs punkt nein das wollte ich nicht ich wollte das hier so genau was hatten wir hier schildläufer mit ihr könnt mit erhobenem schild schneller laufen will ich noch nicht machen angriff zurückwerfen habe schon komplett freigeschaltet eiserner wille wenn ihr auch auf die schweren packt wird euch zugeführter magie schaden 15 prozent reduziert aus dem ring und gegnerische angriffe weniger ins taumeln das hier machen die kunst des kampfes beendet was klassen affinität freigeschaltet ok ich habe noch eine truhe armseliger seelenstein nehmen und eisenbaden könnten wir vielleicht noch gebrauchen unseren ersten raffen die ein paar liegt wir haben ja einige sachen mehr hier mitgenommen set des nordens ist irgendwas was uns hier verbessert das hier ist besser als das ok dann ziehen wir das an knochenreißer der ist sogar besser als knochenreißer schade eigentlich das gehört definitiv gespeichert wieviel xp hat jetzt eigentlich der drache gegeben vor allem einfach unser erster drache hier war kein gegner war ziemlich leicht obwohl der schon ordentlich schaden gemacht ein stoß von dem wir und wir wären weg gewesen also noch ein weiter zwei stöße insgesamt das war nicht wir oder das war der drast wahrscheinlich das war der drast wahrscheinlich So, und der Weg fehlt uns noch. Wir haben gespeichert, glaube ich. Ich speichere trotzdem noch mal. Na, ihr Süßen? So, den haben wir. Wo ist der andere? Okay, äh, nochmal speichern. Das sind drei Gegner da hinten. Kann ich die da hinlocken? Okay, jetzt habe ich ein Problem. Tschüss. Jo. Okay, es wird jetzt nur der... Der Elementar mit deinen Leersalzen. So, die beiden Wildmagier, die lasse ich mal in Ruhe. Ich hoffe, die sind jetzt nicht in der Lage, mich zu sehen, zu finden. Auch wenn die mich suchen. So, okay. Oh, warte. Äh, erstmal was fordern. Wir haben jetzt so viel gefressen hier. Warte mal. Kartoffelsuppe. Kartoffelsuppe. Und... Kommt, zwei Kartoffelsuppen. Und ein Käserad. Okay, warte mal. Okay, davon können wir jetzt erstmal nicht wirklich was nutzen. Aber hier sind die Wildmagier aber auch sehr, sehr stark, finde ich. Ähm... Ähm... tschüss geht das ab so wie weit sind die weg alter der mit seiner explosions Alter, jetzt hör auf. No. Kann ich mich hier verstecken? Und nochmal vielleicht irgendwie was essen? Die Zwiebeln, das hier, die Wurst, Wildfleisch, irgendwas, Tomatensuppe. Ich bin am Arsch. So, jetzt eben schnell wieder versuchen, alles zu futtern. Das muss mir doch ein bisschen helfen hier. Nein, jetzt nicht, auch noch du. So, mehr Suppen. Gleich habe ich gar nichts mitzulassen. Ich brauche mehr Schutz gegen Magie. Ich gehe einfach. Es ist doch ein bisschen zu wild hier. Mit dem Wildmagier. Wenigstens den Drachen haben wir erledigt. Und das ist mir persönlich jetzt schon einiges wert, dass wir den Drachen schon erledigt haben. Dann können wir vielleicht nochmal kurz nach Art gehen. Die Sachen, die wir nicht brauchen, werden wir wieder verkaufen. So, die Musik vom alten Mann wieder. Hier fängt es aber auch immer automatisch dann zu regnen in dem Bereich. Und das ist mir hier richtig. Oh. So. Einfach mal wieder zurück nach Ark, Sachen verkaufen und dann vielleicht machen wir uns doch auf den Weg in Richtung Kristallwald. Hier Flüsterwald. Genau, Flüsterwald. Erstmal. Und danach zum Kristallwald. Kristalltal, Schneefels-Taverne. Hier hinten fehlt uns auch noch so einiges. Goldenforst. Also zumindest den Bereich haben wir zum Teil fertig, würde ich mal behaupten. Da fehlt uns halt noch ein Wildmagier, aber ich glaube, hier unten gibt es sonst nichts mehr. Dann nur noch hier der ganzen Norden und der ganze Osten. Und dann wäre es hier auch... Ja, eigentlich. Eigentlich die Hauptquests führt uns schon richtig gut eigentlich überall hin. Es ist jetzt um die Frage, wie es dann mit den ganzen kleinen Nebenquests aussieht. Mit wem wir da dann reden müssen. Und ob in Flussheim auch vielleicht neue Quests jetzt vorhanden sind. Müssen wir auch mal wieder besuchen. Oder ob da vielleicht dann jetzt einfach gar nichts mehr existiert in den Quests abgesehen von der Kopfgeldjagd, aber mehr kann da jetzt glaube ich auch nicht sein, oder? Ja, aber stolz, dass wir den Drachen besiegt haben, bin ich auf jeden Fall. Hätte ich jetzt nicht gedacht, wie wir da schaffen. Hier über die Brücke und... vor allem eigentlich, von wem ist das eigentlich die Statue? Quasi dieser riesige Felsen. Den Ark. Wem soll das abbilden? Wem soll das abbilden? Wem sagst du das? Ich würde aber sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Dann können wir die Sachen eben verkaufen und in Richtung Dingens gehen. Daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao! Musik ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020